Willkommen zurück. Heute mache ich nochmal das Zeitfahren-Finale gegen Chris Vado. Ich hatte es schon mal gemacht, aber mit dem Infinity hatte ich keine Chance gehabt. Außer beim ersten Rennen, das hatte ich gewonnen. Die anderen hatte immer 5 bis 8 Sekunden Vorsprung gehabt. Grünes Licht, viel Klapper, pass auf dich auf, Mann! Na, das passt immer wieder gut zu meinem Fahrrad. ... ... ... ... Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020